So, liebe Studierende, wieder Grundlagen der Messtechnik und heute geht es um das neue SI-System. Ich verweise da, oder eigentlich lese ich jetzt mit Ihnen hier die entsprechende Schrift von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, hier die in Braunschweig und Berlin sitzt. Das ist unser Nationales Meteorologie-Institut. Und das sind natürlich die, die hier auf die Einheiten, also die Wächter der Einheiten in Deutschland. Das neue SI-System, das neue internationale Einheitensystem, da möchte ich mit Ihnen kurz da durchgehen, durch eben diese Schrift. Sie finden auch ein paar Dinge dazu in meinem Skript, aber ich glaube, das hier zu lesen ist nochmal so schön, zumal das Grafische natürlich auch schöner ist als mein Skript. So, es geht über ganz allgemeine Einführung hier, die Welt vermessen und so. Ich kann Ihnen auch nur empfehlen, das wirklich mal intensiv zu lesen, dass das SI-System derzeit von nahe zu 100 Staaten mitgetragen wird. Und das ist das, was ich ja eingangs schon zum Einheitensystem überhaupt sagte. Wir brauchen so etwas, dass wir miteinander Handel treiben können, wir miteinander grenzüberschreitend Wissenschaft und Technik betreiben können. So, die Grundlage jetzt hier des neuen SI-Systems, das sind eben die Naturkonstanten und das ist die Lichtgeschwindigkeit zum Beispiel und die Ladung eines Elektrons. Da sind wir Elektrotechniker ja schon wieder gut vertreten. Im Vergleich dazu war es früher so, dass man irgendwelche Normale hatte, das wird in dem Text hier auch darauf in Bezug genommen, beziehungsweise, dass man irgendwelche Experimente definiert hat, mit denen man dann eben eine Einheit definiert hatte. So, die Idee. Wir wollen uns auf unveränderliche Eigenschaften der physikalischen Welt beziehen. So, und da macht man etwas, zum Beispiel die Sekunde, die wird auf der definierten Zahl der Schwingungen der Elektronenhülle des Cäsiumatoms liegen und der Meter macht sich zunutze, dass die konstante Geschwindigkeit des Lichts ein fundamentales Merkmal der Natur ist. Das ist nirgends wo im Universum anders. Dieser Übergang in dem Cäsiumatom, der hat immer die gleiche Frequenz. Die Lichtgeschwindigkeit hat immer, ja, das Licht hat immer die gleiche Geschwindigkeit. So, und das ist eben der Punkt, auf den man sich jetzt zurückziehen wird, seit letztem Jahr im Mai. Okay, früher hatte man eben so etwas wie das Urmeter. Das ist eben so ein Platium-Iridium-Stab hier mit x-förmigen Querschnitt. Gucken Sie mal auf Wikipedia nach, da finden Sie den. Und der hat natürlich das Problem, dass der schwankt, nicht? Also, es wird mal wärmer, mal kälter. Klar kann man den in klimatisierten Räumen und sowas dann nachmessen. Aber Sie haben da eben das Problem, dass der A schwankt und dass der vielleicht auch irgendwelchen chemischen Prozessen oder auch physikalischen Prozessen unterworfen ist und einfach seine Form auch einfach ändert. Vielleicht etwas fließt oder etwas kürzer wird, weil da doch mal das ein oder andere Atom abfällt. So, und wenn das passiert, dann ändert sich einfach die Einheit Meter, also das, was ein Meter ist. Und damit müsste sich eigentlich auch alles andere, was mit dem Meter zusammenhängt, ändern. Und das möchte man eben nicht. So, da empfehle ich mal reinzugehen. Lesen Sie gerne auch hier mal das Problem mit dem Kilogramm. Was mit dem Kilogramm das Problem ist. Ich glaube, das war auch so einer der Punkte, warum man jetzt unbedingt das Einheitensystem sich umstellen wollte. Und ja, wir werden jetzt eben hier das neue SI-System einführen. So, und da finden Sie noch mal hier unter diesem Aspekt hier noch mal die Information, wie denn überhaupt das SI-System sich entwickelt hat. Es ist ein Meilenstein in der Kulturgeschichte. Ich glaube, das ist nicht hoch genug zu bewerten. Und im Mittelalter bis ins 18. und 19. Jahrhundert hatten wir es eben hier mit regionalen Einheiten zu tun. Und die, das hatte ich noch nicht erwähnt, aber es ist sehr interessant, die französische Revolution hat damit eine Menge zu tun. Denn die französische Revolution wollte sich von dem, was die Könige und so weiter da verabschiedet hatten, verabschieden im wahrsten Sinne des Wortes. Und die kamen eben auf die Idee, dass sie sagen würden, okay, wir nehmen einfach mal die Erde und wir teilen eben die Strecke vom Äquator bis zum Pol. Das ist ja ein Viertel Erdumfang. Teilen wir in 10.000 Stücke auf. Und das ist genau das Meter. Und so ist überhaupt der Meter entstanden. Lesen Sie, da gibt es auch tolle Romane dazu. Die Vermessung der Welt beispielsweise, auch andere. Lohnt sich das auch, sich in einer Freizeit mit so etwas mal zu beschäftigen. Das Problem ist, und das wird in diesem Abschnitt hier mal dargestellt, das ist jetzt nicht mehr alles so selbsterklärend. Also früher war das ja so, da konnte man sagen, okay, was ist ein Meter? Ein Meter ist das so lang, wie eben dieser Stab da ist. Was ist ein Kilo? Ein Kilo ist eben so schwer, wie das Urkilogramm da im BIPM bei Paris ist, das schon sehr alt ist und bei Paris. So, und damit war das Thema eben erledigt. Das ist heute etwas anders. Also jetzt werden Sie gleich auch sehen, das Kilogramm jetzt abzuleiten aus den fundamentalen Naturkonstanten, das ist für einen Schüler sehr, sehr schwierig. Und wir müssen das auch nicht unbedingt machen. Wichtig ist nur, dass Sie wissen, was es bedeutet. So, das Coole ist jetzt eigentlich, dass wir zum einen hier keine technischen Barrieren mehr haben. Also wir haben nicht ein Experiment definiert, bei dem dann irgendwie die Einheit dabei rauskommt, sondern wir haben eine fundamentale Naturkonstante definiert. Und die ist so und die ändert sich auch nicht mehr. Und wenn wir jetzt genauere Messungen entwickeln, dann können wir schaffen, dass wir die Einheit genauer definieren. Aber die fundamentale Naturkonstante, die bleibt eben. So, wie hier gehen Sie nochmal auf die elektrischen Einheiten ein. Alle elektrischen Einheiten inklusive des Amperewerten als Quantenrealisierung, darüber werden wir in der nächsten Stunde nochmal sprechen, im nächsten Video sprechen, über den Josefson- und Quanten-Hall-Effekt oder einfach durch Zählen von Elektronen pro Zeit dargestellt. Außerdem kommen wir jetzt an einen Punkt, der früher ja so ein bisschen absurd war. Es ist ja nun mal so, das Elektron hat eine feste Ladung. So, und die ändert sich ja nicht, ob ich jetzt eine bessere Messung habe oder nicht. Denn die Ladung des Elektrons ist die Ladung des Elektrons. Die bleibt so. Früher war es natürlich so, wenn ich dann genauer messen konnte oder anders messen konnte und so, dann hat sich eigentlich die Ladung des Elektrons geändert. Und die wurde auch tatsächlich zu meinen Zeiten, wo ich das verfolgt habe, auch schon angepasst. Aber das ist ja absurd, nicht? Weil eine Elektronenladung ist eben eine Elektronenladung. Und das haben wir jetzt auch erreicht. Die Elektronenladung bleibt immer die gleiche. Es kann ja nur sein, dass sich die Einheiten, die da drumherum ranken, genauer oder etwas anders dargestellt werden können. Für Sie, wenn Sie in den Supermarkt gehen oder zum Fleischer und da irgendwie einen Kilomet oder sowas kaufen, ändert sich gar nichts. Es geht einfach lückenlos so weiter. Auf der Straße nimmt man die Änderung des SI-Systems nicht wahr. So, und jetzt kommen wir auf das Spannende hier. Die Einheiten und ihre Konstanten. Da möchte ich kurz drauf eingehen. Also hier das Delta Nü. Das ist eben die Frequenz dieses Hyperfeinstrukturübergangs des Grundzustand des 133er-Celsium-Atoms. Im Prinzip wird da in der Atomhülle des Celsium-Atoms ein Strukturübergang angeregt. Und wenn dann da das Elektron in seine Energie auf einen anderen Energiezustand, Quantenzustand, zurückfällt, dann wird ein Photon mit eben dieser Frequenz von etwa 9,2 Gigahertz ausgesandt. Das ist letztlich auch die Funktion unserer Atomuhren. Wenn wir auf das Thema Zeit zu sprechen kommen sollten, dann wird das eben, werden wir da nochmal detailliert was zu sagen. Lichtgewinnigkeit im Vakuum, das hat sich überhaupt nicht geändert. Das ist auch bei der letzten Definition des SI-Systems schon gewesen. Das ist eben diese Zahl, 299.792.458 Meter pro Sekunde. So, das war's. Dann haben wir die Planck-Konstante, die Elementarladung, Boltzmann-Konstante, Avogadro-Konstante brauchen wir nicht hier. Würde ich so sehen. Und ich möchte das fotometrische Strahlungsequivalent nehmen. Das ist eben so definiert, das grün-gelbes Licht, das ist eben hier für 540 Terahertz, dass das eben so hell erscheint wie 683 Lumen pro Watt. So, die Sekunde ist entsprechend so dargestellt. Hier eine Sekunde ist eben gerade diese 9,2 Giga durch eben die 9,2 Gigahertz. Ich nehme einfach hier mal das Delta Nü. Wenn Sie das jetzt hier unten, da sieht man es auch ganz gut, wenn man das jetzt einfach hier mal nimmt und hier für Delta Nü einsetzt, dann stellen Sie fest, dass die Zahlen sich wegkürzen und 1 durch Sekunde nach oben kommt, als es funktioniert. Bei Meter ist es eben so, genau so hier, das ist also c, die Lichtgeschwindigkeit, durch eben 299 und so weiter und mal Sekunde und da könnten Sie jetzt eben für die Sekunde wieder das 1 durch Nü einsetzen. Und schon haben wir dann diese Zahl von 30, so und so viel. c durch Nü ist genau 1 Meter. Jetzt müssten wir so ein bisschen rum experimentieren hier mit den Einheiten und uns die Einheiten hier mal genauer angucken. Hier haben wir in der Wirkung Joule Sekunde, wenn Sie das in die Basiseinheiten umschreiben, dieses Kilogramm Meter Quadrat pro Sekunde drin, da steckt das Kilo jetzt also drin. Um das zu bekommen, müssten wir letztlich hier das H durch eben diesen Zahlenwert dividieren. Das macht man hier. Und dann mal Meter Quadrat mal Meter hoch minus 2 mal Sekunde nehmen. Und wenn Sie das dann insgesamt alles ersetzen wollten, dann kriechen Sie eben raus, dass das eben gerade dieser Zahlenwert hier 1,475 mal 10 hoch 40 und dann mal H Delta Nü C Quadrat ist. Könnte man spaßeshalber mal tun. So, kommen wir noch zum Ampere. Ampere ist ja eigentlich Ladung pro Zeit und genau das macht man hier. Man nimmt eben hier die Elektronenladung, steht oben drüber. hier die Elementarladung und dividiert die eben durch genau diese Zahl. Und dann muss man die noch durch die Sekunde dividieren. Und wenn Sie das machen, dann kriegen Sie eben das, was dahinter steht, raus. Beim Kelvin, gut, da geht es die Boltzmann-Konstante noch mit ein. Da gehe ich mal drüber hinweg. Und beim Candela hier, ja, da müssen wir mehr noch über die Fotometrie und überhaupt über Strahlungsleistungen und fotometrische Leistungen und so weiter fotometrische Größen kennenlernen, bevor wir da jetzt wirklich in die Details einsteigen können. Wie gesagt, ich empfehle Ihnen, sich dieses Dokument mal in Ruhe zu durchdenken und auch mal in Ruhe zu lesen. und vielleicht, wenn Sie Zeit haben, finden Sie den ein oder anderen Roman auch dazu, wie denn eigentlich das SI-System entstanden ist, wie wichtig die Zeit und eine genaue Zeitmessung ist. Also da findet man sogar anspruchsvolle Unterhaltungsliteratur dazu. und dann kann man zumindest Und dann kann man